So, jetzt habe ich doch ein Biss gekriegt, habe ich ja eben noch gesagt. Schauen wir mal, da war mir jetzt ja vor Überraschungen nie gefeilt. Jetzt fahre ich rückwärts Richtung offenem Wasser, das ist immer ganz vorteilhaft. Ich sehe, dass es doch am Ende noch eine Seeforeppe ist. So, dann taucht er wieder weg. So, jetzt haben wir noch ein Bisschen, das ist immer noch ein Bisschen.